so hallo wir machen weiter bei super mario maker 2 und wie ich das mal gesagt habe wir spielen ein bisschen endlos normal weiter weil wir es können gucken wir mal was uns erwartet wir haben genug leben record 21 ich meine man müsste ewig weit spielen das werde ich nicht hinkriegen aber die hier will ich jetzt eigentlich gerade auch nicht machen normal sollte zumindest vielleicht ein bisschen was interessantes bei rumkommen schauen wir mal was passiert es ist halt ich habe es schon mal gesagt bei normal sind so ein paar level einfach immer recht langweilig und dann wir gucken mal was passiert was mir da entgegengeworfen wird ergerlich wäre jetzt leben zu verlieren und nicht welche zu gewinnen wir wollen ja leben gewinnen und nicht verlieren der kommt zurück das ist schon mal nicht gut okay hier tut sich kein eis was das sieht interessant aus welche von den dingern fallen runter die sind alle die gleiche farbe das heißt die fallen alle nicht runter ne ah wisst ich habe sie befürchtet tschüss aber ich gehe hier schön vorsichtig durch gibt mir noch ein pilz dankeschön ich will den aber gern auch haben kann man hier hoch ich möchte jetzt natürlich auch leben hier kann ich möchte jetzt auch leben fahren darum geht es ja im endlos modus das möglichst weit kommt und damit sollte man auch leben holen drei stück gibt es eins kriege ich theoretisch wenn ich die der war ein bisschen spät als richtig theoretisch wenn ich die fahne auslöse am ende das heißt es wird reichen zwei zu finden oh boy das ist nicht so netter sprung okay den schwung kriegen wir hin nee wir gehen nicht da oben rum das sehe ich nicht okay da ist nichts aber wir nehmen die scheinbar mit wer weiß was sie nützt so nicht okay hier ist wieder ein pilz in der mitte na klar so oh hallöchen den würde ich gerne einmal verabschieden sehr schön kein schöner sprung ja aber das ist auch kein schöner start das ist echt kein schöner oh nein macht ihr diesen sprung da nein das brauche ich so mache ich den sprung okay gut shell brauchen wir nicht wir kriegen hier drüben eine und ich glaube die ist gar nicht mal so gut für den sprung da drüben ich glaube die ist gar nicht mal so gut dafür das lassen wir mal alles hier liegen oh boy wait ich muss jetzt oh nein ich hätte mit dem da hochge- oh nein ich muss mit dem da hoch okay nein ich wollte die wieder spawnen lassen oh was ist das wieso ist das bei normal bin ich gerade echt so doof oh nee das reicht nicht aber jetzt sind wir im minus selbst mit drei leben die wir bekommen könnten sind wir im minus ach verdammt was ist das denn aber auch für ein komisches level zum glück kommen muss man hier die nicht mitnehmen die kupas man kann hier unten rum mensch 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 ey so nein den wollte ich nicht auslösen aber ist egal der sprung ist doof nein es reicht nicht doch es reicht wind so 0 ja es Checkpoint oder Ziel Ja, okay, damit komme ich klar Wenn du mir hier immer Blumen gibst, brav Wenn du ganz brav bist und mir immer Blumen gibst Ist das voll in Ordnung, kein Problem mit Ja, ist ja gut jetzt Okay Oh, ich bekomme die Möglichkeit mir noch ein Leben zu holen Sehr schön Ah, ich versau es Okay, wir haben einige Leben verloren Ja, ärgerlich Ärgerlich, die kriegen wir nie wieder Es ist für mich kein Toll, weil das waren echt blöde Sprünge Aber es ist auch kein Boo Fuse Castle Von Squalish Okay, ich kriege erstmal ganz viele Blumen Die ich auch brauche Äh, okay Das ist bis jetzt nicht so spannend Das ist jetzt keine Herausforderung hier hoch zu kommen Also geht es jetzt so weiter, ja? Ja, wir werden immer wieder Okay Oh meinetwegen Uff Was ist mit denen, da schießen die jetzt von hier aus oder was? Oh Ich muss jetzt warten, bis die den treffen Wow Ja, hi Achso, verstanden Oh Gott, das dauert ja drei Jahre jetzt Oh nee, ist das ein Blöd Oh, ist das ein Blöd Oh, ist das blöd Oh, ist das blöd Ah, das ist mit einer der blödsten Bosscamper, die wir hier bauen können Oh, ist das blödsten Dankeschön 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 Kein Leben bekommen Ah Okay, aber immerhin geschafft Kein Leben verloren Sagen wir es so Nichts gewonnen, nichts verloren Eine Stage weiter Nee, die kriegst du auch kein Herz Das klingt doch nett Wer so einen Level-Namen nutzt, der hat gut gebaut Mal gucken Mal gucken Mal gucken, wie gut es stimmt Okay, vielleicht der zweite Pilz Ja, ich werde mich natürlich um Münzen kümmern, weil, ihr wisst Bescheid Leben Also ich glaube, das Level werden wir schaffen, der scheint hier sehr simpel gebaut zu haben Was ist denn das hier? Wow Was ist denn das hier? Ach toll Hä, ich bin so doof, ich bin so doof, ich soll die nicht drücken Ich bin so doof, 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 ich bin so doof Okay. Plötzlich zieht die Schwierigkeit hier aber gewaltig an. Mein lieber Scholli! Uff. Aber jetzt sollten wir ein Geben zusammengekommen haben. Ne, reicht noch nicht. Hä? Okay. Tatsächlich noch nicht. Uffi. Uffi, Uffi. Uffi. Ja, toll und nü. Achso, doch, ist ja in Ordnung. Die gehen ja gleich wieder auf. Oh, ich bekomme meine Leben. Na, immerhin. Na, immerhin. Oh, ich dachte gerade schon. Gut, damit komme ich meine drei Leben zusammen. Wow. Oh, ich hätte jetzt ja auch gerne mein drittes Leben. Dankeschön. Gut, damit sind wir wieder plus eins. Aber nicht plus eins vom Videobeginn. Videobeginn war, glaube ich, 20 Leben, oder? Ja, ich bin mir gerade nicht sicher. Äh. Ist auch kein Buu und auch kein Toll. Ne. Let's go. Let's go. Let's go. First level besiege alle Bum-Bums eins. Okay. Das heißt, keine Checkpoints. Oh, Mist. Okay. Wir kriegen erst mal Leben. Hier ist schon der Bum-Bum, oder was? Man weiß es nicht so genau. Äh. Schießt der nochmal? Jetzt ja. Jo, was ist denn jetzt kaputt? Ah, ja. Na gut, ist ja für Leben ganz cool. Also, für ein erstes Level ist es gar nicht mal so verkehrt bisher, ne? Kann man spielen. Da gab es schon deutlich schlimmere erste Level. Und da gab es schon deutlich schlimmere erste Level tatsächlich. Ach, was ist denn jetzt hier? Plötzlich fallen hier Dinge runter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Moment mal. Halt. Stopp. Lass mal meine Brücke. Da ist mein Bum-Bum. Ich war komplett irritiert von den ganzen Bob-Oms, die da runterfallen. Uff. Und jetzt geht's von vorne los, weil wir keinen Checkpoint haben. Nice. Trotzdem ist es okay. Level ist okay. Kann man nix sagen. So, da ist mein zweites Leben. Mehr krieg ich nicht. Ups. So, jetzt fahren wir hier wieder eine Runde rum. Nicht treffen lassen. Sehr schön. Aber das sind ganz schön viele Bob-Oms, die da runterfallen. Muss ich mal gucken, wie ich das am besten hinkriege. Macht mir noch ein bisschen Sorge. Einmal noch. Stirb. Jetzt nicht mich treffen lassen. Oh, einfach raus. Einfach raus. Wie gut kann ich dir vertrauen? Ich hab Angst. Ach so. Okay. Er ist den Stern. Wer weiß, was noch kommt. Okay, nix mehr. Wir haben hier die drei Leben, dann ist es egal, worum ich reinlaufe. Gut, wir sind, glaube ich, jetzt wieder am Nullpunkt angekommen. Wir haben wieder 20 Leben. Sehr schön. Ah, der hat sogar fast den Rekord geholt. So. Ach so. Ich muss das hier einmal selber starten. Der macht hier von selber ne... Sushi-Mario. Von Illy Gamer. Äh. Okay. Ah, die fallen. Oh boy. Okay, es wird immer knapper. Jetzt kommen wahrscheinlich Einzelne irgendwo... Ah, mein Gott, warum sag ich's denn? Warum sag ich's denn? Hilfe. Okay. Ui, 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 ui. Das ist ja kein Checkpoint. Das gefällt mir. Nee, ich, schon wieder eins. Okay. Nein! Jetzt war ich einfach so... Jetzt war ich einfach so überrascht, dass das Ziel schon kommt. Mist. Oh nee, jetzt werde ich die Einzelnen wieder verhauen. Oh nee. Oh nein. Oh nein, 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 oh nein. Ich wusste es. Jetzt verdiebe ich wieder leben. Hatte ich das eigentlich mit Skip oder NoSkip gemacht? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich werde es jetzt auf jeden Fall mit NoSkip spielen. aber ich weiß nicht, ob ich mit Skipp angefangen habe. Oh boy, so. Und im Grunde ist das, was jetzt kommt, genau das gleiche nochmal. Einfach nicht Quatsch machen. Bleibt doch einfach mal ruhig stehen, Kollege. Ist mir jetzt egal, ob da jetzt das Leben bei ist oder nicht, ist mir gerade egal. Hauptsache du ich. Ach Gott, das hätte mir eher haben können. Ach, ärgerlich. Ärgerliche Tode hier wiedergebracht. Ärgerliche Tode hier wiedergebracht. Das lese ich nicht vor. Ich weigere mich. Moment, Moment, Moment. Da ist ein P-Switch nachher. Aber jetzt komme ich da schon nicht mehr hin. Oh je. Ich hoffe, das wird mich nicht... Ah, da ist er. So, kommen Sie mal mit, meine Dame. Aha. Oh, das ist gut. Das ist immer gut. Äh. Oh. Ja gut. Schließen wir lieber ab. Bevor sie noch einen gegibt, schließen wir lieber ab. Ich habe zwar nur ein Leben geholt, aber ist egal. Da schließe ich lieber ab, bevor es da noch Probleme gibt. Ja. Hat eigentlich keine Fehler gemacht, ne? War halt kurz. Aber ist okay. Alle Gummbälger und erreiche das Ziel. Gummbälger seid ihr. Aha. Da müssen wir erst mal einen finden. Ja, das ist doch... Ähm. Nope. Da gibt's zwar ordentlich Leben, aber nope. Kann ich dann doch drauf verzichten. Gib mir den. Oh, könnte ich auch da rauskommen. Das wäre natürlich blöd. Okay. Also recht. Hat ja, glaube ich, jemand nicht ganz gewusst, was er bauen soll. Höh! Das wäre jetzt eigentlich der Moment, wo ich skippen würde. Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Das war gerade schon hart asozial. Oh, ich hab da gerade eine Idee. Okay. Nein, es hat nicht gereicht. Okay. 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 Dann nicht. Ach, Mann. Nein! Da kommt... ... Euer Versuch. Aber ich glaube, wenn ich da drin bin, komme ich nicht mehr zurück. Nee, nee, das ist dumm. Das ist von Anfang bis Ende komplett dumm. Nee, 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 das machen wir nicht. Wo kam denn hier ein Power-Up raus? Da. So, jetzt gehen wir oben. Da ist das Ziel. Da ist das Scheißvieh. Da ist das Scheißvieh. Was war das denn jetzt wieder für ein Sprung von mir? Der kriegt auf jeden Fall einen Buh. Also das Level kriegt sowas von einem Buh. Junge, 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 Junge. Ich bin kein Stern. So, leckt mich doch fett. Alter. Was ein Quatsch. Ja, Mensch. Fällt mir nix mehr zu ein. Okay, let's this level. The thirsty land. Oh Gott, Sonne. Aber so kann ich zumindest recht gut ausweichen. Mit wie komme ich denn da ran? Gar nicht. Oder? Der kommt noch nicht runter. Toll. Oh. Ich komme trotzdem hier hoch. Edge. Was ist jetzt davon? Vor allem kurz bevor sie mich trifft. Kann ich ja sogar so, 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 so. Schutz einsetzen. Äh. Ich gehe mal da hoch in die Röhre. Auch wenn die furchtbar... Nee, das steigt, der Mist, der Mist, der, das Zeug. Nee, kannst du behalten, den Scheiß. Den Scheiß kannst du behalten. Oh mein Gott. Ja, okay, nehme ich. Ist okay. Oh mein Gott. Was ein blöder Bonusraum. Äh, Bonus ist jetzt fraglich, aber... Was ein blöder Raum. Na gut, dann machen wir noch eins. Das ging ja schnell. Puzzles de una bandalla. Si, si, senor. Oder so. Moment, das ist jetzt aber nicht... Für... Ja, geil. Ich habe immer nur einen Versuch und dann kann ich mich umbringen. Das ist genau mein... mein... Gebiet. Aber es ist doch purer Zufall, wohin das Ding fällt. Was ist das? 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 Okay. Okay, hier habe ich mehr Versuche. Warte, er ist flott. Gott, der ist richtig flott. Ah, der fällt aber auch direkt auf den Roten. Wo musst du überhaupt... Ah, der muss den auslösen. Okay. Kann ich das nicht sogar ein bisschen tricksen? Problem ist, ich habe keine Zeit zum Tricksen. Mist. Mist. Was mache ich denn? Nein. Ich will den Anfang nicht nochmal machen, der ist so komisch. Nein. Ah. Wenn der da drüben ist, kann ich ihn so lassen. Yes. Ah. Hier kann ich resetten. Okay. Wait, aber So schnell kann ich gar nicht Achso, ich kann ihn dann direkt umsetzen Ah, ja, ja, ja Hä? Da fällt der komplett raus Was war das denn? Hallo? Was war das denn? Ja, ich würde ja Jetzt kann ich ihn in die Hand Mein Gott Was hat das denn für einen Schwachsinn? Okay Ach Gott sei Dank Ich hatte echt bedenkt, dass ich in dem Level jetzt nochmal richtig viele leben lasse Ja, toll Ein paar Sachen habe ich nicht verstanden Ich belasse es mal dabei Gut, dann sind wir genau 10 Level weiter Ich glaube ja, ich weiß es nicht sicher Dank jedenfalls fürs Zuschauen Und Tschüss